Das schaut man so nicht aus, aber so wie jetzt umgegangen wird, das wollte ich nicht viel vertreten. Nach meiner Meinung nach muss ich Griechenland entlasten, muss von dort mindestens 20 Leute ausnehmen. Aber die Griechen kennen das auch nicht. Die sind zu schwach. Wie erklären Sie sich, dass so viele Afghanen eigentlich, wenn man das anschaut, die Statistiken, es wird ja immer, wenn man also Bilder sieht von Flüchtlingen, dann sind es immer Familien, das sind aber ein Großteil syrische Familien, die Afghanen machen, mindestens gleich viel Flüchtlinge von der Menge aus. Afghanistan ist ein sehr großes Land, sehr viele Menschen und Afghanistan hat auch seit 15, 20 Jahren Bürgerkriege. Massive Bürgerkriege. Zuerst waren die Russen dort, dann die Amerikaner und jetzt der IS und die Taliban. Es ist ja lustig, es sind in einigen Bereichen, die deutsche Bundeswehr dort eingesetzt und der Herr Altmaier, der Flüchtlingskoordinator und Kanzleramtsminister, der Frau Merkel hat mir gesagt, den habe ich im September mal besucht, der hat mir gesagt, also Afghanistan ist ein sicheres Drittland, es kann nicht sein, dass von dort Flüchtlinge kommen, schließlich haben wir dort Soldaten stehen, damit sie für Sicherheit sorgen, da können die Leute davor rein. Aber Afghanistan ist nicht so groß wie München, sondern ist ein bisschen größer und da gibt es viele Ecken, wo es ganz unterschiedliche Situationen gibt. Es ist offenbar so, dass dort Clans, Familien zusammenzahlen, damit junge Leute eine Chance haben, schicken die Furt, die Zäuner, die wenigsten flüchten zu Fuß, die Zäuner Flugorten, die Flieger zwischen Kabul und Istanbul sind regelmäßig voll, das wissen wir ja. Wir wissen auch, wie viele Passanträge immer wieder gestellt werden, nach wie vor. Und dann sind sie der Türkei und dann nehmen sie den Seeweg. Afghanen werden zunehmend zurückgedrängt und das Thema ist ja, die Syrer sind im Vergleich zu Mitteleuropäern viel näher als die Afghanen, von der Sprache und von der Kultur. Und auch von der Ausbildung. Und auch von der Ausbildung, ja, ja. Das ist ja ein Schulmittel und so weiter und die sind außerdem auch erstmal eher gewaltbereit, also so wie man sagt in Österreich, die Steirer sind auch Wehrhofter. Ich habe mir gedacht, das sind die Tiroler. Naja, das ist ein Bergvorgang der Afghanen und wir haben natürlich dort auch Themen und da kommt dazu, dass Afghanistan das Mutterland des Mohnanbaus ist. Also daher ist das Thema rausgeschickt worden und die Familien, die kein Geld haben, um den Burschen, den sie losschicken, damit er irgendwann einmal vielleicht die Familie holt oder jedenfalls was lernt und dem, wenn sie kein Geld haben, geben sie ihm halt ein bisschen ob er mir, der verkauft das in Istanbul oder in Belgrad oder wo immer, damit er ein Geld kriegt, um weiterzureiten. Das wissen wir alle. Und das Problem ist ja gerade bei den Afghanen, bei den unrundigen oder minderjährigen Flüchtlingen, dass die ja teilweise ganz wenig bis überhaupt keinen Schulabschluss haben. Ich habe jetzt irgendwo in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ist es so ein bisschen provokant gediebt gewesen, Also wie viele Ziegenhirten braucht Deutschland? Ja, zum Teil haben sie nicht einmal die eigene Sprache ordentlich gelernt. Jetzt wie lernen sie denn in einer anderen Sprache Grammatik, wenn sie es in der eigenen Länge gehen? Also das ist schon eine besondere Herausforderung, war keine Frage. Sie treten natürlich auch immer in Gruppen auf und daher ist es besonders wichtig, die zu betreuen. Denn in unserem Lande, in dem schönen Österreich, haben wir vor 15 Jahren, 20 Jahren genug Fehler gemacht. Da gab es eine Flüchtlingswelle von Tschetschenen. Und wir haben im letzten halben, dreiviertel Jahr doch eine Reihe von Prozessen gehabt, auch in Graz, mit Dschihad-Kämpfern oder mit IS-Kämpfern oder Sympathisanten, die zurückkehren und, 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 und. Das sind in aller Regel Tschetschenen. Und da ist der Sticherein. Ja, das sind Tschetschenen, die als Kinder, als Babys oder Jungeleute zu uns gekommen sind, keine Perspektive haben, anfällig sind für die Propaganda und daher in die Gewalt gehen. Und das, ja, das ist eine Bombe, die tickt. Ja, aber was machen wir dagegen? Ich meine, genauso wenn wir jetzt die Flüchtlingsquartiere, wie Sie gesagt haben, wir versuchen das eben möglichst gering zu halten, die Zahl, die an einem Platz ist, aber sonst haben wir ja eine Ghetto-Bildung. Es gibt immer gemeinsame Bemühungen der Betreuung und damit der besseren Integration. Er sagt, wir müssen Sprachen lernen, dann kriegen Sie Unterstützung und Sie müssen die Möglichkeit haben, Sie müssen die Möglichkeit haben, irgendeine Arbeit, eine sinnvolle Tätigkeit nachzudenken. Wenn Sie herumhängen und schauen, ist das... Ja, aber bitte, wo setzen wir Sie ein? Ja, vermutlich nur in... Es gibt ja vier Hilfsarbeiter, es gibt nur jetzt auch keinen Bedarf. Wir haben nicht so viele Hilfsarbeiter in dem Land. Nein, ich sage, wir haben ja keinen Bedarf dafür. Nein, da gibt es schon genug Möglichkeiten. Also es gibt genug Möglichkeiten, sagen wir alle. Wir haben, also bei den Bürgermeistertreten, ich sage schon in Tirol, der Bezirk Landeck sagt, es waren zwei Bürgermeister, wir haben im Bezirk Landeck 200 freie Lehrstellen. Lehrlinge für die Gastronomie, die gewähren drei Bewerber. Ja, also, schick uns ein paar. Dann können wir schauen, ob wir da was zusammenbringen, nicht? Also so ist es ja nicht. Und so viel sind es ja auch nicht. Es sind, wir haben 6000 Jugendliche. Ja, das hört sich auf einen Haufen viel ab. Sind es nicht 8.5? Nein. Also, das Ziffern- und Zahlenmaterial, was diese Personengruppe oder generell, Flüchtlinge, Asylwerber, Berechtigte und so weiter betrifft, das ist also alles zu hinterfragen. Also, dem glaube ich nicht, aber die Größenordnung steht, aber es ist aber wurscht, ob 6.5 oder 8.000 sind, ist aufgeteilt auf Österreich. Und Sie glauben, die sind integrierbar? Man muss es jedenfalls ernsthaft versuchen. Ich kann sie nicht sich selber überlassen. Das ist doch gar nicht richtig. Wenn ich sage, macht sie irgendwas und die kümmern mich nicht, und die haben sie auch immer gekauft und die bringen ja Essen hin, da kommt einer und stellt ihr das Essen hin und drei Stunden später holt es einer an. Das ist sicher zu wenig. Das ist sicher zu wenig. Und das werden wir auch nicht kennen, indem man sich nur auf Institutionen verlassen hat. Da muss auch aus dem zivilen Bereich mitgehalten werden. Den muss ich dazu motivieren und animieren. Es gibt ja unglaublich viele Initiativen. Ich sage auch wieder die Bürgermeister, habe ich gelernt, es gibt in mehreren politischen Bezirken Netzwerke von Bürgermeistern, wo sich die Bürgermeister zusammengerannt haben und gesagt haben, wir haben also etwa im Bezirk Mödling, Berchtelsdorf, dort habe ich lange gewohnt, den Berchtelsdorf kenne ich ganz gut, der hat gesagt, wir haben in Berchtelsdorf, das ist eine Marktgemeinde mit 17.000 Einwohnern, im Speckgürtel Wiens, berühmter Heurigort, wir haben eine Menge Freiwilliger, aber wir haben zu wenig Sprachen. Lehrer. Und in Brunn und in Mariensersdorf haben es ein paar, daher haben wir gesagt, wir koordinieren das, aus der Nachbotschaft gegenüber die Gemeindegrenzentreiber und koordinieren Sprache, medizinische Betreuung, Kindergartenbetreuung, und, 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 und. Das geht. Wenn jeder natürlich nur auf seiner Grenze sitzt, wie ein Tiger auf seinen Hegel, und nicht drüber schaut, und nicht am nächsten schaut, dann geht nichts. Wenn man aber sagt, wir bewegen uns, und wir denken neu, und gehen neue Wege, damit wir die anstehenden Fragen lösen, die wir ernst nehmen, dann geht es sehr, sehr viel. Und was glauben Sie, wenn Sie die Zeitungen durchschauen, da gibt es ja immer wieder, kommen Zeitungen zum Beispiel, wenn man das irgendein Buch in einem Ball belästigt hat. Ich glaube, Sie haben Zeitungen angeschaut. Naja, immerhin, es ist betitelt sich so, also Sie, Übergriffe von jugendlichen Asylwerbern, sexueller Art an Frauen, wie zum Beispiel in Köln. Glauben Sie, dass dieser Wertekatalog, der da ausgearbeitet wurde, diese acht Stunden, ich meine, das hat der Herr Sebastian heute vorgestellt, mit dem Arbeitsmarktjahr, ich habe gesagt, schau her, also, das ist meiner Überzeugung, Dach über dem Kopf, ein warmes Bett, ein Wasseressen, Nummer eins, Nummer zwei, Sprache, und parallel dazu, kann man schon über Gesellschaft und Werte reden. Also, meine, meine Iraker, ein kleines Beispiel, der polnische Hausmeister, hat eine Polin, als Friseurin, die geht privat, für viele Polen in Wien, schneidet einer, die die Haare, so, auch bei ihm, das ist billiger, als wenn er zu einem Friseur geht, und die Irakes, die drei Männer, in einem wachsenden Haar, jetzt hat er gesagt, dass er, die Söhne, die Söhne, denen auch die Haare schneiden, der Vater, Altore, 52, eine Katastrophe, es ist ausgeschlossen, dass im Irak, eine Frau, ein Mann, die Haare schneiden, als durfte einer einstündigen Überregung, Überredung, und jetzt lassen sich alle drei, auch die Haare schneiden, eine Kleinigkeit, Umgang mit Frauen, ja. Jetzt sage ich, Köln ist ein klassisches Beispiel, steht sich heraus, das waren keine Flüchtlinge, das waren Menschen, die zwar aus anderen Ländern kommen, aber die schon sehr lang da sind, und es ist höchst zweifelhaft, wo es dort wirklich war, ich will da überhaupt nichts, schön reden, gar nicht, was dort wirklich alles geschehen ist, und was die Polizei da erzählt hat, und nicht, weiß man ja auch nicht genau. Die Polizei ist ja nicht besonders gut weggekommen, da denken wir, werden sie sich nicht selber eingereicht haben. Das gibt es, und die Belästigungen in den Schwimmbädern, und das gibt es, das ist traurig, schlecht, da muss man ordentlich reagieren drauf, gar keine Frage. Trotz alledem, die Kriminalitätsrate, ist bei uns nicht wesentlich höher, wird der Bürgermeister von Brechkraft, in Osttirol, der hat gesagt, er nimmt in dem hintersten Teil neben dem Flüchtling, hat er beschlossen, hat seine Gemeindebürger per Schreiben informiert, und hat 15 Männer genommen, und zwar nicht aus dem Irak, oder aus Syrien, sondern meistens Schwarzafrikaner, also die fallen da hinten ordentlich auf, in Osttirol, und die haben ein bisschen gewechselt im Laufe der Zeit, und nach einem halben Jahr hat er gesagt, er hat eine Bilanz gezogen, und hat festgestellt, ja, es stimmt, also es hat im Wesentlichen alles funktioniert, wir haben es angenommen, machen Hilfsdienste in der Gemeinde, haben ein Problem, dass wenn sie zu einer Erstaufannahme, müssen sie zum Asylamt nach Innsbruck, vom Prägraten nach Innsbruck, ist eine Tagesreise, oder über die Nacht geht das, also wir haben geholfen, dass dieses Asylamt so einmal im Monat nach Lienz geht, damit die die nicht so weit haben, wir fahren sie eine Stunde im Bus, und er hat gesagt, die 15 Männer, die haben dreimal in einem halben Jahr einen Polizeieinsatz gehabt, weil es eine Taucherei, oder Rafferei in dem Haus gegeben hat, er hat gesagt, die möchte nicht wissen, wenn ich 15 Tiroler, dann wollte ich es ja in ein Haus einbringen, wie oft auch die Polizei kommen wollte. Wahrscheinlich öfter, weil bei denen, bei den Asylwerbern, sind mehrere dabei, die keinen Alkohol trinken, während die Tiroler schon. Wie glauben Sie, wird sich das Ganze, also wenn wir jetzt diese Flüchtlinge aufnehmen, wird sich das auf die Arbeitsmarktsituation und auf die Beschäftigungszahlen auswirken? Wir haben derzeit 470.000 Beschäftigungslose, Anführungszeichen, in Österreich, davon sind 17.000, 18.000 Asylberechtigte. Also nicht. Also praktisch kein Verdrehungskampf. Auch nicht auf dem sogenannten Arbeitsstrich, den es ja in den größeren Städten immer gibt. Ja, der wird vielleicht ein bisschen dichter oder nicht, aber in Wahrheit sind das was, 3%. Ja, ich glaube das nicht. Es ist allerdings schon so, dass die Arbeitsbereitschaft und Willigkeit im Schnitt eher stärker ausgebildet ist als bei unseren herkömmlichen, bei denen ich es immer wieder überlebe, man sitzt beim Friseur, kommt der Vater mit seinem Buben und sagt, ich brauche einen Stempel. Gibt es ja auch, und zwar gar nicht wenig, das wissen wir schon. Also so gesehen ist das alles mit, ich habe alles zwei Seiten. Ich will da überhaupt niemandem, der schlecht redet, ganz im Gegenteil, aber die Realität sollte man schon ins Auge schauen. Also bei diesen Relationen ist das kein Thema. Und wenn gesagt wird, ja, die gefährden unsere Pensionen, habe ich gesagt, die unsere Pensionen gefährden wir selber, wie wir wissen. Wenn wir so werden. Zum Schluss möchte ich noch eines ansprechen, und zwar die Islamisierung ist ja auch ein, sozusagen ein Angstfaktor, der in der Bevölkerung immer wieder auch auftaucht. Wir haben derzeit ungefähr 7% Muslime in Österreich. Es gibt Schätzungen, die variieren, also zum Jahre 2050 zwischen 20 und 30% und gleichzeitig ein Absiedeln der Katholiken von 78% 1971 noch 44% haben wir heute und die werden sich irgendwo bei 33% einbinden. Wir wissen, dass sozusagen der Abbau der Katholiken ein selbstgemachtes Problem ist, ein hauseigenes Problem ist. Das ist vollkommen klar. Aber glauben Sie, wird das irgendwie gesellschaftlicher Strengstoff werden? Das haben wir bis zu einem gewissen Grad selber in der Hand. Faktum ist, wir haben heute darüber geredet, in Wien gibt es schon viel mehr Moscheen und einschlägige Häuser zum islamischen Glauben, wo ich mir allgemein glaubt oder weiß. Es gibt schon viel mehr und in aller Regel sind es auch okay. Schwierig wird es nur dort, wo Militant aufgetreten wird und da hat ein paar Jahre gerade umgekriegt. Da hat es schwere Versammnisse gegeben, bei den Kindergiertergärten und so weiter und so weiter. Aber da ist eine Kultur dahinter, dass so etwas überhaupt entstehen kann. Das ist schon gezielt. Da hat man nicht rechtzeitig Einhalt. An sich, Österreich, Entschuldige, Österreich war ja ein bisschen größer als wir heute sind und der Islam war immer eine Religion, die sich in den Kronlanden gehalten hat, auch beim K&K Militär. Das war so nie ein Thema. Wie man mit den Katholiken geht, das haben wir selber in der Hand. Heute war die Frau Dr. Chris bei mir, um mich zu werden oder um mir zu reden. Das Personenkomitee oder was? Ich habe gesagt, ja, ich schaue Ihnen eh zu, lasse ich vom Josef Bröll schön grüßen, der Finanzminister, den sie auch ein bisschen kritisiert hat. Trotzdem lasse er sich schön grüßen und sie hat gesagt, ja, ihr Büro, das sieht man auf den Stepans. Ich habe gesagt, ja, das Gruppe, ich sitze mit dem Rücken, das ist ein unrühmliches Kapitel, weil nach der Fertigstellung von Maria Zöer hat mit der Herr Erzbischof dreimal aufgeregt, die Söe beim Stefan und was machen. Das war ja nicht so ganz friktionsfrei, ne? Nein. Ich habe seit drei Jahren wirklich investiert, habe alles auf die Füße gestellt, Baupläne fertig, alles genehmigt, Finanzierung gesichert, und, und, und. Dann hat er schon gewöhnt. Das hat er nicht einmal gesagt, das Problem. Und ich habe einmal gesagt, also wen, für mich, hat er gesagt, wir haben so viele Kirchenaustritte, 55.000 Menschen treten aus der Kirche. Ich habe gesagt, ja, aber da nicht, weil ich den Stephansdom herrichte, wirklich nicht. Nur dazu nehme ich dir keinen Cent von den Kirchenbeiträgen weg. Du kannst alle deine braven Frauen beruhigen. Nicht ein einziger Cent. Ich habe gehört, da habe ich alles auftrieben. Und ich habe gesagt, in Wahrheit wäre es ein Zeichen, wenn alle Leute schreien, wie viele Moscheen wir wo bauen, wo wir die Minarette hinstellen, was so viel gescheiter wir richten unseren Stephansdom her. Weil das ist ein nationales Identifikationsmerkmal, und mit dem Identifizieren viele Österreicher, ein, was, Stephansdom, Schönbrunn. Ein bisschen Salzburg, dann haben wir es. Ja, ja, die Grazer Uhr. Ja, keine Frage. Aber das haben wir, die katholische Kirche haben wir selber in der Hand. Und natürlich ist es so, aber das weiß auch jeder, der ein bisschen vor die Stelle in der Welt um die Dumm fährt, und das sehe ich auch bei meinen drei Irakis, der bett dreimal am Tag. Und das wissen wir schon, wann der, wenn er seine Betstunde hat, macht er auch nicht auf, wenn ich klopfe. Da ist er 20 Minuten gebet, und die zwei Buben, die sind dazu verurteilt, und ja, das funktioniert. Wo gibt es das bei uns noch? Wer bett denn auf dem Essen? ich, wenn ich meine 99-jährige Mutter besuche, dann kommt ja Jesus unser Gast und dann essen wir die Suppe. Freiwillig? Ja, wenn ich das nicht mache, dann kriege ich auch nicht. Kriege ich auch nicht keine, aber da härte ich keinen Blick. Ja, ist ja so. Ja, dann darf ich einmal meine Gesprächs- oder meine Fragerunde schließen und darf jetzt Sie bitten, Fragen an den Herrn Dr. Konrad zu stellen, die Ihnen auf den Lippen brennen. Darf Sie bitten, wenn Sie sich zu Wort nehmen, dass Sie sich ganz kurz vorstellen, bitte. Grüß Gott, ich heiße Peter Bresinger und ich habe folgende Frage. Wir wissen ja, dass diese immer wieder zitierten Genfer, dass die Genfer Konvention ja nicht von der Europäischen Union beschlossen wurde und ratifiziert wurde, sondern im Rahmen der Vereinten Nationen in Genf seiner Zeit in den 50er Jahren mit den Zusatzprotokollen dann in den 60er Jahren und mich wundert, dass die Europäische Union da überhaupt, pardon, entschuldigen, die UNO, dass die Vereinten Nationen mehr oder weniger abputzen. Die Stellenwold Zelte hin, da steht ein großes UNHCR drauf, sie liefern Bageln, wo auch UNHCR draufsteht, aber weder in Kanada noch in den Vereinigten Staaten, noch, 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 nimmt man in größerer, merkbarer Zahl Flüchtlinge auf. Kanada, hat 25 genommen, ich höre, dass ich nehme nur mal 25, ja, nein, nein, schon 1000, also, 25,000, 25,000, die Amerikaner, da hat sich der Herr Obama mal ziemlich verkühlt, weil natürlich im Süden Amerika haben die kein Interesse, Asyl auszunehmen, die raufen mit den Mexikanern und mit allen Südafrikanern, die kommen, da haben sie eine große Mauer gebaut, und wenn sie dem Herrn Trump zuhören, also wenn man es ausholt, und er zuhört, aber ich trage jetzt rein, ob wir das müssen, wo sich das hin entwickelt, aber sie haben schon recht, alle diese Dinge sind auch bei schönem Wetter wunderbar, jetzt hat es geregnet, jetzt ist Schengen in Gefahr, kein Mensch hat seine Grenze kontrolliert, alle werden durchgewunken, das ist alles nicht rechtskonform, stimmt, wir auch, und ich habe gesagt, ich war bei dem Altmaier, der hat mich natürlich sofort geschimpft, der hat gesagt, ihr schickt die Leute durch, aber ich habe ja, das ist auch nicht in Ordnung, aber was hätten wir tun sollen, natürlich haben wir die Leute geführt, vom Niedelsdorf mit Bussen, zuerst nach Salzburg, dann haben sie einen Zug gemacht, niemanden mehr auf der Bank genommen, dann haben wir sie ins Mühlviertel geführt, und dann haben gesagt, Germany, geht's um, die sind in der Nacht, sind viele Menschen über die Grenze und sind drüben in einem bayerischen Ort angekommen, mit 1500 Einwohnern, und wie die Ortsbewohner in der Frühmunterwohnung sind, waren da 3000 Leute, das muss man vorstellen, das ist ungefähr so, wie ich gehört habe, dass ich runter im Spielfeld, die Orte haben auch ihre Sorgen, wenn da hunderte, tausende Leute durchzieht, zu Fuß, sie tun nichts, aber es ist ein unangenehmes, ungutes Gefühl, das war alles nicht rechtsgut vor, dafür, und das Ganze wieder einzukriegen, wird schwierig genug sein, jetzt bastelt es ja an einer Novelle für das Tablet-Abkommen, wie das neuer geht, aber dieser Schwung, darauf war Europa nicht vorbereitet, und weil die Frau Griss heute gesagt hat, das ist unmöglich, ein Staat muss seine Grenzen überwachen, ich habe gesagt, ich habe schon recht, da war sie übersehen dabei, dass wir seit 2000 irgendwas sind wir bei Schengen, Österreich, und unsere Grenzen waren offen, weil wir in Schengen sind, wir sind keine Außengrenzen mehr, das heißt, das Spielfeld offen, vor, du, es ist, der Walserberg schon lang offen, Nickelstorp ist durch, Straßentür, ja, natürlich, haben wir das nicht gehabt, und die Frage war halt, ob man da öffentlich ewig diskutieren muss über Zäune, oder Zeitendealen, oder ob man nicht als Polizeibehörde ganz einfach sagt, ich sichere die Grenzen, ich baue dort, was hier in die Geschichte hat, denn der Zahn ist mir auch einmal zum Verhängnis geworden, weil ich öffentlich gesagt habe, eher in der kleinen Zeitung, halte ich das für einen Schwachsinn, man kann nicht jemanden, der vor den Bomben in Aleppo oder in Homs flieht und dessen Familie Hubert ausgerottet wurde, der den Weg in die Türkei und dann die Gefahrvolle über das Meer und dann noch den Weg durch den Balkan nimmt, ich glaube nicht, dass ich wieder einen Marschentrahtzahn aufhalten kann, das ist ja lächerlich, nicht? Aber gut, also das ist so und jetzt haben sie alle zugemacht und jetzt schauen wir mal, wie wir damit umgehen. Willst du noch fragen? Mein Name ist Magister Wagner und ich bin sozusagen von vier jungen Männern adoptiert worden und drei kommen aus Afghanistan, das sind Hasara und einer aus Bangladesch und der eine spricht sechs Sprachen also Hasara spricht österreichisch deutsch englisch Pashtu Urdu und Hindi und der andere geht in die neue Mittelschule war Analphabet und hat Deutsch gelernt und macht jetzt einen Hauptschulabschluss der dritte war sie betreut und macht den Vorbereitungsjahr Lehrgang war auch Analphabet und der vierte ist aus Bangladesch und er geht jetzt ins Abendgymnasium und ich finde das schadet von der österreichischen Wirtschaft dass das nicht die Potenziale gesehen wird und dass eigentlich keine Chance geben wird irgendwie auf einen qualifizierten Arbeitsplatz oder Schulbildung oder Weiterbildung man soll auch die Chancen und die Potenziale sehen die gehen irgendwie verloren besonders leid tut es mir der fünf Sprachen spricht ich denke mir der wäre für die Wirtschaft prädestiniert überhaupt für den Außenhandel ja tut leid und er spricht fließend das ist das und irgendwie geht das alles um und ich mache eine Konversation beim österreichischen Integrationsfonds und dort sitzen Lehrer Architekten also Akademiker und die ja das Potenzial also zunächst aber das Problem dass wir lange Zeit also was ich noch dazu sagen wollte zwei sind Sunniten einer ist konvertiert der ist jetzt Christ geworden und der dritte also zwei sind Schieten einer ist konvertiert von Schieten zum Christentum er ist Katholik und der vierte Sunnite also und das funktioniert ohne weiteres und es gibt keine Probleme mit Frauen die sind gläubig und überhaupt nicht und ich finde das ist irgendwie so ein Angstmache und ich versuche denen auch österreichische Werte zu vermitteln weil Schleswig und endlich sind sie in Österreich oder? Danke vielmals ja das Problem das wir hatten jedenfalls aus dem aus der Entwicklung des letzten Jahres oder halben Jahres ist dass wir keine Ahnung hatten wer da ist also wir haben Namen aber Brr wir haben Alter das ist also Brr daher gibt es Altersfeststellungen lässt sich ja schon tun und die wurden zum Teil auch missbraucht weil man gesagt hat du bist eh du bist nicht 16 du bist eh schon 18 vorher gehst nicht mehr in die Jugendbetreuung das ist auch ein bisschen ein Kapitel aber wir haben wir haben also den Mundfuße liegt gerät und haben eine Reihe von Organisationen die dem Arbeitsmarktservice helfen Assessments zu machen wer ist da wo sie kennen die und wenn und wenn einer und wenn einer sagt ich bin gern der Elektriker dann muss ich ihnen einmal eine Elektrikwerkstatt geben und sagen so jetzt sagst du mir mal zwei Tage wie du damit umgehst und dann steht sich schnell heraus ja hier ist einer oder hier ist keiner weil das manchmal sagt ich kann was was auch nicht wirklich wahr ist da sind wir viel zu weit hinten hängt aber auch mit der Anzahl zusammen und es gibt natürlich allerhand Bemühungen vom Jungarbeiter Dorf und 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 die Lehrwerkstätten die wir haben da einzusetzen für die Ausbildung und den Test und die Entwicklung dieser Leute ja das ist das ist